Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Kammer des Schreckens? Nein, Schande. Der Gefangene von Azkaban. Im letzten Part haben wir uns nämlich die Monsterbüsche wieder geholt und jetzt geht es zum eigentlichen Unterricht mit Hagrid. Und es schieß nach oben. Ja, da läuft das Automatische wieder. Kommt ein wenig näher, so müsst ihr alle sehen können. Die Schule geht vor die Hunde. Dieser Töpel gibt Unterricht. Mein Dad kriegt einen Anfall, wenn er das hört. Sei still, Malfoy. Achtung, Potter, hinter dir steht ein Dementor. Interessanter Dementor hatte ich anders in Erinnerung. Ein Hippogreif. Herrlich, nicht wahr? Oh. Nun, als erstes müsst ihr wissen, dass Hippogreife stolz sind. Beleidigt nie keinen. Nie keinen. Doppelte Verneinung, also immer schön beleidigen. Denn das könnte eure letzte Tat gewesen sein. Schauen wir mal, wie ihr mit seinen Schnabel zurechtkommt. Ja, beleidigt nie keinen. Und genau daran hält sich Malfoy jetzt. Das ist leicht. Du bist doch gar nicht gefährlich. Oder doch, du großes, hässliches Scheusal. Ja, doppelte Verneinung, er hat sich angehalten. Definitiv. Wohlerzogen, der Junge. Hagrid, das war dein Fehler. Ich sterbe hier. Es hat mich umgebracht. Na, dann könntest du nicht quatschen, Junge. Du stirbst nicht. Hilf mir mal. Ich muss ihn hier rausbringen. Am besten zu Modern Pomfrey. Ich glaube, Hypograif wird da auch helfen. Einfach mal so ein bisschen in den Hintern treten. Moi, Malfoy war selbst schuld. Er hat Seidenschnabel beleidigt, obwohl er gewarnt war. Wieso, mit einer doppelten Verneinung war das keine Warnung. Das war eine Aufforderung. Seidenschnabel sieht jetzt ruhiger aus. Ich werde auf ihn zugehen. Eigentlich falsche Reihenfolge, aber passt schon. Seid vorsichtig, Harry. Ja, wir sind jetzt Freunde. Ich könnte sicher auf ihn reiten. Äh. Ja, nee. Super. Na, gut gemacht, Harry. Flug auf Seidenschnabel. Ziel ist es, in der vorgegebenen Zeit durch so viele Goldfledermäusegruppen wie möglich zu fliegen. Lenke Seidenschnabel mit dem Steuerkreuz nach links und rechts. Halte den A-Knopf gedrückt, um höher aufzusteigen. Fliege durch die Goldfledermäuse, um Punkte zu erhalten. Hol dir den Highscore. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das kann ich doch nichts für. Das sind keine goldenen. Oder? Es sind Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob die gemeint sind. Wahrscheinlich nicht. Ein Punkt. Wow. Wiederholungsspiel verlassen, da ich kein Freund der Minigames bin und die keine große Relevanz hier haben. Spiel verlassen. Wow, das war spitze. Äh, nein, war es nicht. Ah, bravo, Harry. Du kannst nun über Titelbildschirm und die Option Minigames auf die Aufgabe Flug auf Seitenschlaf über 3 zu reifen. Ja, ja, passt schon. Bin euch echt dankbar für alles. Wir haben Zaubertränke. Ich weiß nicht, warum du jammerst, Harry. Ich freue mich schon. Ernsthaft? Was? War nur ein Witz. Ich fürchte mich genauso wie du. Heute lernen wir, wie man eine Schrumpflösung macht. Gehen wir. Ja, Hermide weiß Bescheid. Na, ich gucke mich ja trotzdem noch ein bisschen um. Hallo, Brücke. Hogwarts-Ländereien, Gewächshäuser. Werden wir garantiert nochmal hin müssen, so oder so. Also ein bisschen umgucken schadet ja nicht. Gemeiner war dieses Schallgrünling-Grachengürtel. Harry, ich habe Ausrüstung für dich. Oh, ja. Ron, du siehst noch so nackig aus. Wow, hilft eigentlich viel. Hermine, brauchst du noch ein Gürtel? Ja, egal. Die hat mehr Verteidigung. Da passt das schon eher. Will ich... Ich komme da eh nicht rein. Okay, dann ist gut. So ein bisschen umgucken muss zwischendurch sein. Ich werde sowieso wieder einige Sachen verpassen. Weil es schon Ewigkeiten her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ah, auch ein Wald. Na gut, egal. Jetzt ab nach Hogwarts. Nach so vielen Gewächshäusern, ne? Und ich hoffe, das geht hier wirklich nach Hogwarts, hier rechts. Irgendein Weg war da. Oh, noch ne Truhe. Du erhältst Roderick Plumpton-Sammelkarte. What the heck? Bootshaus? Okay, ich laufe genau da lang, wo ich nicht langlaufen soll. Irgendwie waren die ersten beiden Teile auf dem Hogwarts-Gelände einfacher. Aber ich finde den Weg. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es tatsächlich mal, einen Unterricht komplett in einem Part zu haben. Schloss-Türen könnte sogar richtig sein. Ja, wir sind zurück in der Eingangshalle. Ich hasse es für Zaubertränke in den Kerker zu gehen. Ja, ich auch. Zaubertränke? Was findet in den Kerkern statt? Na, zumindest selbst die Slytherins sagen uns, wo wir hin müssen. Ob das jetzt was so gut ist, ist keine Ahnung. Und Zaubertränke sind wir ja sogar schon mal durchgelaufen. Och nein, nicht der schon wieder. Setzt euch! Heute ist ein neuer Zaubertränk dran. Eine Schirmflösung. Ich brauche einen Freiwilligen, der die Zutaten sammelt. Okay, Hermine entmeldet sich so oder so freiwillig. Aber mit wem möchte sie? Mit ihrem zukünftigen Ehemann oder mit ihrem... Mit ihrem Harry? Ja. Na, Harry und Hermine. Was wäre bei Ron für ein Spruch gekommen? Du kommst immer wieder super schlau vor, was, Potter? Na gut. Geh in den Vorratsraum, Potter. Such die Kräuter und bring sie zu mir und nimm Granger mit. Für den Zaubertränke braucht man Gänseblümchenwurzel, Schrumpelfeige, Rattenmilz, Tote Raupe und Blutegelsaft. Glaub nicht, dass du so den Unterricht schwänzen könntest, Potter. Ja, Professor. Du hast ja meine Klinge zum Vorratsraum. Just for fun hätte ich wirklich nochmal einen extra Speicherpunkt setzen müssen. Und dann war das nicht Kretze, der hier weggerannt ist, dann war das eine Ratze. Wahrscheinlich ohne Leber. Okay, rechts rum wäre mit Ron. Ach, bin ich blöd. Zum Bootshaus hätte ich ja gekonnt. Ich hab ja Alu-Mora. Na egal. Jetzt ist es auch dafür zu spät. In Formos. Harry Darth Carrion. Flipendo Petrificus Elasto. Wow, Elasto können wir nicht. Also sind das Flipendos Trainingsmäuse. Also Fledermäuse. Eine Fledermaus ist auch eine Art Maus. Braucht dich einfach, Kattenpreist. Auch wenn mir mal nicht einer da widersprechen wird. Flipendo Uno wurde aufgewertet. Schön. Wenn jetzt noch bei Herminus aufgewertet wird, umso besser. Oder lernt Harry allgemein schneller. Der Flipendo Duo kostet schon 10. Hau drauf, Hermina. Ich versuche sogar wieder Kämpfe zu entgehen. Ja, das reicht ja für den Level ab. 20 Physikal. Mit einer Ausnahme natürlich. Wenn diese Leuchtefelder sind. Du erhältst Schrumpelfeige. Na, damit haben wir Nummer 1 erledigt. Ach du Schande. Da mache ich doch jede Wette, dass der Galatius hilft. Ja, hat geholfen. Ich habe nur deswegen direkt Glatius eingesetzt, weil ich noch von Final Fantasy wieder für den Hinterkopf habe. Eis hilft gegen Feuer. Tatsächlich hilft aber komplett dagegen. Flipendo, Verdi, Melios. Na ja, also Flipendo. Wenn Hermina nicht zum Glatius kommt. Ach ja, stimmt. Klasse Lernen. Erfolg wurde ich auch noch nie eingesetzt. Ah, Harry. Poste das Feuer. Du sollst das Feuer auspusten. Ich bin ja gespannt, ob der Flipendo Trier hier auch ein AE-Zauber ist. Wie in den anderen Zeilen. Dann wäre das Plattraumübergreifend so. Und würde mir sehr entgegenkommen. Na, zwei Viecher und dann und beide nochmal ein Level ab. Stirnband. Würde ich am liebsten Ron anziehen. Ah. Nicht Reparro Glatius. Noch ein... Ah, ich... Horst. Du erhältst mega Power Trank. Du bist ein normaler Salamander. Wahrscheinlich kann man... Ja. Äh, ist das eine Doxy? Das ist ein Vampir-Fledermaus. Ja, ja. Damit hatten wir schon das Vergnügen. Flipendo Duo direkt. Oder direkt erstmal Informus. Ah, erstmal Informus. Dann habe ich das abgedeckt. Und... Doxy. Und... Feenartige Kreatur mit scharfen Giftzähnen. Und mag kein Flipendo. Weiß ich bescheid. Eine Giftzähne gefällt mir ja eh nicht. deswegen die pendel doch sie ja jetzt kriegst du gleich noch ein duo ab und dann müsste sie weg sein hohe ich das heißt die zähne ist mir nicht zu hoch dass auch mal eine vergiftung eintritt muss ich weiter mit du arbeiten oder ich probiere es mal mit mir der duo hätten aber auch zu viel mp gekostet deswegen nach dem kampf brauchen halt beide definitiv noch ein für level ab so klein fläder maus kippt mal um und termine bitte du erlernen wollte nicht 63 ok nach dem nächsten kampftermin ist wieder ein level ab super mega power denke schön das funktioniert ja das wissen wir danke für die truhe mega power trank noch eine kiste du hältst blut egelsaft trollpupel muss ich wirklich hier komplett lang oder wäre noch ein anderer weg da frei gewesen will ich jetzt nachgucken auch wenn ich zeit verschwende es tut mir leid ich glaube die ratten milz fehlt uns sogar noch hier links waren wir noch nicht für ah gänseblümchen merlin sammelkarte ok das nochmal hier rüber gehen hat sich definitiv gelohnt und sei es nur für die sammelkarte dann gibt es eine info was noch fünf gegenstände verschiedenes 123 noch zwei also ratten milz habe ich noch im hinterkopf gehörte gänseblümchen wirklich dazu und zumindest haben jene brauchen level ab egal ich leg mich so mit dem troll an oder leute ich kriege das eh nicht fertig es fehlen noch zwei sachen da ist ein längerer kampf gegen einen troll das heißt ich mache jetzt hier noch einen kampf und gegen den troll geht es im nächsten part das ist die einzige variante die mir einfällt um nicht wieder so brachial die 20 minuten zu knacken habe ich sogar keinen bock drauf und wer weiß vielleicht kriege ich beide noch zum level ab blöden glas los so das erste viel ist weg normale flippen das müssen reichen 45 shit reicht noch nicht ja mach ich noch den zweiten kampf hier und dann reicht es für den part ja könnte sogar direkt bei beiden auch reichen fürs ab dauert halt wieder ein paar minütchen länge klipendo der letzte große klipendo also groß ist relativ ich weiß ich weiß oh ah ich wollte nicht ach let's go wow daneben dankeschön Herr Minato sehr toll gemacht wenn du umkippen willst dann sage es mir dann hole ich Yuna Leska hier mit in das Spiel rein muss ich mich zwar ein bisschen mit der Programmiersprache selber beschäftigen aber wird schon machbar sein ja Harry kann gar nichts anderes außer Flippendo Uno mehr einsetzen Hermine müsste zumindest noch die Milius einsetzen können ob das so viel bringt steht auf einem anderen Platz Petrificus des Halles bringt ja eh nichts verdimilius der Insenio wird definitiv nichts bringen ne ich krieg die beiden schon noch platt und wir bleiben unter 25 Minuten hoffe ich zumindest Hermine zu es wir brauchen die Kills anstatt aufzuholen werde ich immer rückständiger was die Unterrichtsgeschichten angeht und eventuell muss ich auch noch mal einen kleinen Trainingspart einlegen um erstens wieder rund zu werden hier so wie ich es mir vorstelle zweitens damit Ron nachziehen kann und das ist ein Level Up für beide Perfekt besser auf den Troll vorbereiten geht nichts noch ein Stirnband kann Hermine ein Stirnband brauchen öh ja falsche Taste Dankeschön was Stiefel achja Lederstiefel und zieh sie an Zauber Stirn ok sogar besser als das was sie an hat na dann was mit der Taschenuhr kann Harry anziehen geht Beweglichkeit etwas runter aber dafür magische Verteidigung und Verteidigung auch passt ich will ihm die Quidditch Stiefel nicht anziehen ich will ihm die Quidditch Stiefel nicht anziehen mach ich trotzdem damit ist Harry wenigstens voll equipt im nächsten Part geht es dem Kotol an den Kragen und wir suchen uns die letzten beiden Zaubertank Zutaten ich hoffe ihr seid dann dabei und wir sehen uns dann Ciao und Tschüss bis hin wir w Vielen Dank.